herzlich willkommen ich bin oliver ereny astrologe aus dem wunderschönen lenz und es freut mich dass du eingeschaltet hast ich habe ganz viele anfragen bekommen dass ich mich mal mit dem horoskop der eu beschäftigen soll und auch mit der zukunft der eu wo das astrologisch hinführen könnte und was vor allem auch diese krise jetzt für die eu bedeutet und ja es hat jetzt etwas länger gedauert dieses video zu machen weil das horoskop der eu doch ein sehr spannendes ist und ich mich auch mehr damit beschäftigen wollte und ein bisschen besser ein gespür für das horoskop bekommen wollte bei so einem radix ist es ja letzten endes so das ist irgendwann wie so ein meditatives bild auch also man hat natürlich gewisse erlernte zusammenhänge in der astrologie ein gewisses grundwissen das wichtig ist und dass man sich erlernen muss also eine gewisse theorie theoretische kenntnisse und dann hat man auch den intuitiven zugang zur astrologie was könnte denn das noch bedeuten in bezug auf den klienten in bezug auf jetzt wie es jetzt ist dieses ereignis die gründung also quasi der pseudo geburtstag der eu wie wie könnte sich denn das auswirken was sind denn da eventuell die interpretationen dazu naja und da wollte ich einfach etwas genauer reinschauen und etwas genauer darauf eingehen und deshalb hat es auch länger gedauert aber jetzt ist es ja hier und dann schauen wir uns gleich mal dieses geburtshoroskop diesen radix an das ist ja ein ereignis horoskop und ich habe folgende daten verwendet und zwar den ersten elften 1993 um zehn uhr sieben mitteleuropäische zeit in maastricht und das ist eben so dass das datum das laut wikipedia angegeben wird zur gründung der eu die zeit habe ich jetzt mal so auf vormittag gelegt das war im prinzip eine intuitive entscheidung schauen wir mal ob es passt oder nicht gut dann gehen wir es mal an wobei man sagen muss bei der zeit ändern sich dann eher noch die der aszendent aber die wesentlichen planeten in den zeichen bleiben eigentlich stehen also im großen und ganzen soll es dann schon so passen und dann schauen wir uns mal dieses horoskop an das erste was man machen kann es gibt mehrere zugänge um sich so einem horoskop zu nähern grundsätzlich kann man sagen das thema sieht man so am aszendenten und das sind denn das immer so quasi die spitze des ersten hauses zu links am bildschirm und das ist so der schütze und der schütze passt ja eigentlich recht gut jetzt in ein horoskop der eu in das horoskop eines zusammenschlusses eines einer fügung eines wirtschaftsraum ist also das soll etwas gefügt werden der schütze steht eben für die fügung für dieses aufmachen öffnen und etwas zusammenfügen und und was also und und wo spielt sich das ab abspielen tut es sich so dass es für alle bestimmend wird weil der jupiter den siehst du hier im zehnten haus stehen der jupiter steht in vage im zehnten haus und das bedeutet es soll für alle ein gewisser ausgleich eine gewisse gleichheit geschaffen werden und dass das ist auch für alle gültig das zehnte haus ist bestimmend für alle als eine fügung die für alle gültig ist das ist mal so das grund thema dieses horoskops dann geht es weiter es wird eben in einer in einer gruppe in einer gleichgesinnten gruppe drückt sich diese energie aus das ist so im elften haus die sonne auf plutonische art und weise also auf scorpion art und weise also die eu ist im prinzip ein scorpion jetzt nicht gleich die hände über den kopf zusammenschlagen ich bin auch scorpion so schlimm sind die scorpione nicht aber das bedeutet natürlich schon man hat eine gewisse eine gewisse fixiertheit eine gewisse vorstellung die da durchgesetzt werden soll und eben wieder in gruppen durchgesetzt werden sollen also soll eine vorstellung durchgesetzt werden ja ich habe schon gesagt es geht dann eben ins ins zehnte haus in die waage ist eben ausgleich die venus da ist natürlich dann auch so ein bisschen so dieses dieses sich austauschen was ja ganz gut passt und wir haben natürlich auch was wird ausgetauscht die venus hat hat auf zum saturn hin ein trigon und saturn steinbock da werden wir den werden wir dann auch noch ganz stark hören in diesem horoskop aber saturn steinbock ist sind ja auch so die gesetze die regeln also dass da werden auch auf jeden fall regeln gleichgemacht regeln für alle gleichgemacht also auch auf eine auf eine juristische art und weise passt ja auch zur eu gut dann schauen wir mal weiter spannend ist wenn wir jetzt einmal zum zweier haus schauen da unten das ist so im steinbock also ist erste haus habe ich gesagt schütze optimistisch etwas erweitern etwas gut fügen und das zweite haus sind dann so die die grenzen ist dann auch das volk letzten endes und dann schauen wir mal was sich da abspielt und das steht jetzt da im zeichen steinbock steinbock ist ja sind die regeln sind die normen ist das was für alle gleich gelten soll ist auch so eine gewisse einschränkung ist eine gewisse rigidität kann im steinbock auch stattfinden und da haben wir ein paar ganz spannende konstellationen in diesem zweiten haus drinnen nämlich wir haben erstens einmal drei langsam läufer drin stehen im zweiten haus wir haben neptun uranus die bildende konjunktion und wir haben den saturn im wassermann stehen und vielleicht erinnerst du dich jetzt von den aktuellen horoskopen her dass er tun ist jetzt gerade wieder im wassermann also warten wir mal ab was da noch auf uns zukommt wenn sich der saturn da wieder begegnet im horoskop der eu das dauert aber noch ein bisschen ja aber auf jeden fall wir haben wie gesagt neptun uranus konjunktion was bedeutet jetzt neptun uranus neptun ist ja so der der große träumer vielleicht auch ein bisschen so der ja der nicht immer ganz ehrliche der so seine eigene welt hat seine eigene wirklichkeit hat und der trifft auf uranus denn revolutionär der auch ein bisschen so die erhöhung ist und da kann man jetzt sagen okay man bildet sich ein etwas besonderes zu sein mit neptun uranus zusammen und das würde ja auch passen dass ich sage okay wir sind jetzt groß wir sind etwas besonderes wir sind jetzt dieser wirtschaftsraum wir sind jetzt stark dass das so eine gewisse einbildung verblendung dabei ist das würde meines erachtens nach ganz gut passen und gleichzeitig kann man das auch umlegen nachdem wir ja neptun und uranus je auch im steinbock zeichen stehen haben und eine eine weitere interessante geschichte ist wenn man jetzt neptun saturn her nimmt das wäre auch die neigung das recht so auszulegen wie es einem passt also manche sachen so ein bisschen drehen und wenden wie es gerade passt was natürlich ja vielleicht auch ganz gut auf die eu passen könnte das sind jetzt einmal so diese diese konstellationen saturn im wassermann haben wir schon auch öfter öfter gehört das ist so dieses 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 eben ein bisschen so dieses öffnen von von grenzen öffnen von grenzen das heißt scheinbare differenzen überkommen habe ich schon gesagt und was sind so ein bisschen so themen die sich da in der eu abspielen ist ja alles im prinzip ganz passend und jetzt wird es spannend denn jetzt kommen wir zu diesen plutonischen aspekten und schauen wir dann mal rauf gehen wir mal kurz rüber zu diesem zum scorpion hat das ist so da bei 11 12 und da sieht man eine gewaltige ballung und das sieht man eigentlich in diesem in diesem ganzen konstrukt der eu es ist ja letztendlich ein wirtschaftsraum der da gegründet wird sieht man schon eine sehr sehr starke vorstellung eine sehr sehr starke fixiertheit und ein ganz massives macht thema das natürlich auch der teilweise sie in gewalt äußern kann also das sieht man so das ist so da haben wir pluto mars und das ist durchaus auch so eine so eine gewaltkonstellation die sich aber irgendwie so im versteckten abspielen und wenn ich jetzt an so themen denke die sich zum beispiel auch an eu grenzen abspielen also weit weg von uns wie der eu raum abgeschottet wird in welchen methoden da teilweise gearbeitet wird dieses weit weg ist gewalt naja dann finde ich passt das schon ganz gut beunruhigender ist das natürlich wenn man es jetzt auf eine agenda im hintergrund bezieht das heißt im prinzip mit ja im zweiten haus saturn und dann auch im sechsten haus so stier das ist für mich so das volk soll ja eigentlich arbeiten und soll die arbeit machen aber es gibt immer eine gewisse agenda dahinter und da möchte ich jetzt nicht eine verschwörungstheorie bemühen oder irgendwie großartig gleich alarm schreien aber das würde schon darauf hindeuten dass es da ganz stark um macht tendenzen geht um gewisse vorstellungen geht die diese ganzen ideale die nach außen kommuniziert werden das ist dieses jahr wir sind offen und wir fügen etwas zusammen da die diese ganzen ideale schon in ein anderes licht rücken zumindest astrologisch wo man ihm sagt okay da geht es um eine um eine macht um eine auch um eine vorstellung und meine macht ausübung die nicht so ganz offen liegt die nicht so ganz gezeigt wurde also das geheim auf jeden fall so eine agenda mit drinnen und das ist natürlich ein ja ein etwas fragwürdiger aspekt in diesem ganzen horoskop also auch man kann auch sagen dass es dass dieser ganze dass dieses ganze konstrukt dieser ganze wirtschaftsraum eu enorm enorm eigentlich auf einen auf so meinungen basiert wenn man sagt das muss jetzt so sein ohne dass da viel gespür da ist ist das jetzt passend ist das jetzt der richtige zeitgeist denn gerade diese uranischen ideen ja wir sind alle eins wir werden weiter bin ich mir nicht sicher ob nicht vielleicht gute grundideen zur falschen zeit gemacht wurden könnte könnte sein ja aber wie gesagt da kann man jetzt nicht sagen richtig oder falsch es ist halt jetzt mal so wie es ist und man braucht jetzt auch keine angst haben aber da würde ich wirklich sagen okay das ist zumindest einmal eine eine sehr starke in plutonische ausrichtung und da geht es eben sehr stark um macht um ja und schon um eine gewisse kühle um ein gewisses kalkül dass man da drinnen sieht und da haben wir auch diese absolute versteifung über diesen pluto saturn die haben da ein quadrat drinnen wir erinnern uns ja daran dass pluto saturn konjunktion uns diesen lockdown beschert hat mehr oder weniger also dieses das ist ja diese konstellation ägyptische gefangenschaft und die haben jetzt in einem quadrat zustand drinnen das heißt dass das gesetz dass der die rechtsstaatlichkeit immer wieder mit meinungen aneinander reibt und das denke ich ist da in dem falle ein guter punkt dass nämlich die ideale die rechte der rechtsstaat da hält und vielleicht größere nennen wir es mal manipulationen größere eingriffe verhindert und da in dem fall würde ich das sogar positiv werten obwohl es natürlich auf der anderen seite eine gewisse rigidität darstellt wenn man nämlich sagt okay das ist eine extreme da kommt man nicht ganz aus also man kommt nicht aus aus gewissen regeln die man sich vorgenommen hat beziehungsweise gewissen auch vorschriften wo dann keiner aussteigen kann also das könnte es auch noch heißen also das wäre mal so im überblick ein bisschen so das horoskop der eu es gibt es gebe noch ganz ganz viel mehr sachen darüber zu berichten aber das ist jetzt einmal so im wesentlichen so ein überblick wir haben dann auch noch im also ich glaube heute einfach wirklich und das ist eine das ist eine intuitive annahme auch über das sechserhaus stier und und ja der mond in sechs und so also ist ich glaube es passiert wirklich ganz stark darauf diese eu auf dieser annahme dass das volk das heißt die masse der leute einfach sich wirtschaftlich betätigt und dass da ganz stark auf das gebaut wird dass leute arbeiten und dass leute das alles erhalten und erwirtschaften und ob das jetzt kann man natürlich sagen na gut das ist ja wie bitte bei jeder regierungsform oder wie bei jeder bei jedem bei jedem rechtsstaat irgendwie so aber da wird schon sehr darauf gebaut das heißt eigentlich dass jeder jeder mitbürger der eu aus jedem land und nicht nur so diese diese zahlungskräftigen ländler dass das darauf gebaut wird dass die nicht auslassen und dass das ding eigentlich auch auf den schultern der menschen getragen wird also grundsätzlich könnte man ja sagen die eu funktioniert so lange solange jeder arbeit hat ja das kann man jetzt gut oder schlecht finden aber man merkt okay da ist alles sehr sehr abhängig und sehr sehr ja sehr wackelig dass sich da die situation nicht ändert und deshalb sollte halt auch immer genug möglichkeit sein dass die leute selber geld verdienen und im idealfall wäre es natürlich so dass man sagt okay ein teil trägt natürlich das nach außen mit aber es sollte natürlich auch den menschen da genug bleiben ja das ist jetzt mal so umrissen das horoskop der eu da haben wir jetzt den radix da von der eu im gegenwart in der gegenwart und spannend ist das ist jetzt nicht so interessant ich komme jetzt dann auch gleich auf die zukunft dazu aber wir haben da einen pluto jupiter und das ist ja so der also pluto jupiter quadrat und das ist ja so die konstellation für guru und guru ist immer so der verführer oder der große der 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 heute einfach leute auch um sich schaden kann und ich finde das ist jetzt in dem fall auch diese ganze propaganda also momentan läuft in der eu anscheinend eine eine riesen propagandageschichte und und ein riesen spiel das allerdings aus eben diesen machtvorstellungen kommt weil wir erinnern uns ja dass mars pluto im zwölfer haus das sind so diese machtvorstellungen im skorp und und da läuft eben jetzt gerade so diese diese großartige als großartige sie nicht aber diese vorstellung dass also da wie etwas zu sein hat und das ist für mich ebenso ein bisschen so propaganda über diese konstellation der ja das war jetzt mal so ein kurzer ausflug in die gegenwart und jetzt schauen wir gleich noch etwas weiter bei der ganzen eu geschichte nämlich ins wunderbare jahr 2027 jetzt kannst du vielleicht sagen na gut jetzt lehnt sich der ehren hier aber schon weit raus aber da finde ich ist es nochmal spannend und wird meiner meinung nach für die eu auch noch mal ein interessantes und entscheidendes jahr warum das zeige ich dir jetzt gleich so wir sind jetzt im schönen jahr 2027 und da ereignet sich dann astrologisch folgendes wir haben diese diese plutonische ausrichtung mars pluto da im zwölften haus das ist ein bisschen so diese diese verlogene agenda was ich schon gesagt habe beziehungsweise nicht die verlogene unbedingt aber zumindest die geheime agenda und auf dieser auf diese konstellation kommt jetzt im quadrat abstand der mars das ist jetzt ein relativ schnell läufer der aber ein bisschen wahrheit da rein bringen will und der da etwas zumindest energie reinlegt auch in diese konstellation also das ist mal das eine aber das spannendere ist nämlich dass dann der pluto ein quadrat auf die sonne das heißt auf die lebensenergie der eu macht was bedeutet das jetzt also der pluto der große transformator der große stirb und werde planet ist im wassermann und der schießt auf die sonne hin das heißt eigentlich eigentlich aus einem quadrat abstand das heißt eigentlich ist es ein starkes transformatorisches erlebnis also entweder ändern sich da wirklich so gewisse einfach so diese diese eigentlich so der ausdruck der eu also einfach das wie die eu jetzt erscheint auch hier oder es ist wirklich ein todes erlebnis das heißt da verändern sich wesentliche strukturen im auftreten der eu also das kann auch durchaus so eine art zerfall erlebnis sein dieses wirtschaftsraums beziehungsweise eine starke transformation also das würde ich so 227 wird da ein sehr spannendes jahr was die zukunft der eu betrifft also da ist es auf jeden fall mal sehr geladen rein weil diese ganzen pluto aspekte da jetzt mal gescheit durchmischen wie man es geht ja jetzt nicht darum zu sagen okay was passiert mit dem geld was passiert mit meinem wohlstand und so weiter denn grundsätzlich denke ich sind wir gut behütet und es wird auch alles passt ich bin ja immer optimist aber wandlungen wir sind in einer wandel wir sind in einer zeit wo sich alles wandelt natürlich wir leben gerade wie schnell es passiert dass kein stein auf dem anderen bleiben kann in dieser labilen luftepoche in dieser wassermann epoche und da müssen natürlich ganz rigide strukturen und auch so macht strukturen irgendwann einmal gewandelt werden und ich bin dann eben gespannt eben auch dadurch dass ja hier der der pluto dann im wassermann ist in dieser luft zeit also er ist ja uranisch dann auch das heißt er ist auch das sind ja dann auch neue ideen neue visionen neue mit blut vielleicht auch fixierungen also dass sich da vielleicht etwas ändert in diesen strukturen der eu aber wie gesagt da da schauen wird schon relativ weit hin also 227 ist ja noch ist ja noch eine zeit hin aber auf jeden fall das wären so die tendenzen und ja ich hoffe du kannst dir jetzt ein bisschen was mitnehmen von diesem astrologischen überblick jetzt so über die eu wie gesagt wenn ich etwas sage es ist meine meinung es ist meine persönliche interpretation und es geht nicht darum da jetzt was zu predigen oder dir irgendein weltbild zu vermitteln denn es geht einfach jetzt rein um diese astrologischen tendenzen und ja ich bin ich bin gespannt wir werden sie alle miteinander erleben wenn du fragen hast zu diesem video oder irgendwelche inputs hast oder irgendwelche anderen astrologischen themen besprochen haben möchtest dann schreib es mir einfach in die kommentare lass mir bitte einen daumen hoch da wenn dir das video gefällt teil das video abonniere meinen kanal dann kann ich auch gerne weiter diese diese art content produzieren und wenn du vielleicht lust auf eine persönliche astrologische beratung hast über zoom oder live bei mir in linz in der praxis dann schau einfach mal auf meiner homepage www.rni.com vorbei und mach dir einen termin aus oder schau dir einfach mal so generell mein angebot an ok ich sag herzlichen dank und fürs zuhören und ich wünsche dir eine gute zeit und wir sehen uns beim nächsten video alles liebe aus linz dein oliver herrini tschüss ream reiberb 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 Untertitelung des ZDF, 2020